Ein Rückblick mit Weitblick mit dem Münchner Urgestein Manni Bender. Präsentiert von New On Ads, Vitek Autoglas, Die Bayerische, Molto Luce, Ensinger Mineralwasser, Ducati Motor Deutschland und Greitner Service Gebäudereinigung. Und jetzt, Fui Spaß! So, jetzt geht's wieder los. Die zweite Staffel, Ein Rückblick mit Weitblick. Ich habe mir neue Unterstützung gesucht an meiner Seite und freue mich sehr, dass sich der Ralf Echsel opfert, dass er da dabei ist. Davon kann man nicht reden. Manni, grüß dich. Ich freue mich, Ralf, dass du dabei bist und dass du mich unterstützt, wenn wir dann in der zweiten Staffel wieder die ganzen Top-Sportler, wie auch Staffel 1, haben werden und dass wir die ein bisschen unter die Fittiche nehmen und das ein oder andere dann rauskitzeln können, was die Leute noch nicht so wissen. Ja, genau. Ich muss sagen, die erste Staffel habe ich natürlich aufmerksam verfolgt und ich fand das großartig, weil wirklich die Inhalte super waren, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Eine große Ehre, dass ihr dabei seid, neben der Legende Manni Bender, dem Urgestein. Da werden wir mal schauen. Wir haben interessante Gäste. Was haben wir denn vor? Ja, jetzt muss ich da gleich sagen, ich habe ja den Fleischi war ja vorher bei mir und jetzt habe ich dich dabei, aber beim Fleischi bin ich nie zu Wort gekommen und deswegen habe ich jetzt gedacht, probiere es einmal mit dir, dass ich da ein bisschen mehr ins Rampenlicht komme. Das passiert beim Fleischi ab und zu, aber ich weiß nicht, ob ich besser bin. Nein, also wir haben natürlich wieder Top-Leute dabei. Horst Held, Matthias Steiner, Didi Hamann, Marco Pesic vom FC Bayern, Geschäftsführer Bayern München. Worauf ich mich besonders freue, was noch niemand weltweit geschafft hat, an einem Tisch mit drei Benders, oder? Die Bender-Zwillinge werden auch kommen. Das wird natürlich sehr lustig werden, weil ich kenne sie schon. Wie gesagt, ich glaube, es werden wieder sehr informative Gespräche werden und natürlich wollen wir auch das eine oder andere rauskitzeln. Ich wollte gerade sagen, weil ich freue mich ja drauf, wenn ich mal dich ein bisschen was fragen darf. Ich kenne dich jetzt auch schon eine Zeit lang und ich muss sagen, es kommen immer wieder ploppen so Geschichten aus deiner doch sehr illustren, sportlichen Vergangenheit auf. Du erzählst aber schon ganz ehrlich, oder? Da wird nichts vergessen, oder? Wer mich kennt, weiß immer, dass ich immer ehrlich bin und das Herz auf der Zunge trage. Das hat mich damals vielleicht auch ein bisschen das eine oder andere auch mal gekostet, aber trotzdem, ich bin so, wie ich bin. Einfach ein München-Urgestein. Ah, wunderbar. Und da freue ich mich besonders drauf. Ja, du, Ralf, dann freue ich mich. Dann können wir uns vorbereiten und dann bleibt dran. Informationen gibt es dann wie immer auf die Social-Media-Kanäle bei mir. Und dann bleibt dran und dann legen wir los. Packen wir's. Dieser Rückblick mit Weitblick wurde Ihnen präsentiert von New on Ads, Vintech Autoglas, Die Bayerische, Molto Luce, Ensinger Mineralwasser, Ducati Motor Deutschland und Greitner Service Gebäudereinigung. Ja, und wenn es Ihnen gefallen hat, dann sagen Sie es gerne weiter über Brieftaube, Instagram, was weiß ich. Und wenn nicht, Manni, was machen wir dann? Ja, dann... Löschen. Bis zum nächsten Mal. Für dich.